Hallo und herzlich willkommen zu der Mittwochsandacht der Heigerer Kirchengemeinden. Wir sind hier gerade an der Allendorfer Kirche und hier, direkt hinter mir, in diesem Baustellenbereich, da stand einmal ein Anbau und der ist jetzt abgerissen. Wir sind schon einen Schritt weiter. Erstaunlich, oder? Manches Ende ist ein neuer Anfang, denn hier soll neu gebaut werden. Manches, was wir uns in unserem Leben so vorstellen, was wir als Nacht empfinden, ist der Zeit vor dem Morgengrauen, bevor etwas Neues aufbricht und beginnt. So ist es auch mit uns hier, wenn wir hier anfangen zu bauen an der Allendorfer Kirche. Jetzt ist hier erstmal alles abgerissen. Jetzt ist hier im Moment erstmal alles irgendwie leer. Aber es soll was Neues entstehen. Jesus hat einmal gesagt in Lukas 5, 37 bis 39, neuer Wein muss in neue Schläuche gefüllt werden. Neues Leben braucht manchmal auch neuen Raum, neues Gebäude, neuen Platz, um sich zu entfalten. So wünschen wir uns das auch hier in Allendorf, wenn wir jetzt hier anbauen, in diesem Areal, wenn der neue Anbau größer wird als das, was wir bisher hier hatten, dass Gott daraus auch etwas Großartiges macht. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben. Manchmal muss was Altes weg, damit Platz ist für Neues. Und so wünsche ich dir und mir und uns, dass Gott uns segnet, dass wir Altes zur Seite räumen können, damit Platz wird für Neues. Denn der neue Wein, das neue Leben, das Gott schenkt, die neuen Abschnitte, die vor uns sind, die neuen Erfahrungen, die brauchen auch manchmal einfach neue Räumlichkeiten. Und gleichzeitig behalten wir das Alte. Der alte Wein ist besser, sagt Jesus, denn unsere alte Kirche, wie sie bisher war, bleibt auch bestehen. Und das Älteste an unserer Allendorfer Kirche, Das ist hier vorne eine Tür, die viele Jahre Eingangstür war und dann abgelöst worden ist durch die Tür in dem bisherigen Anbau. Aber wenn ich jetzt auf diese Tür hier zugehe, die jetzt hinter mir gleich sichtbar wird, dann ist das das Älteste an der Allendorfer Kirche. Diese Tür ist noch vom Vorgängerbau vor 1749, als diese Kirche neu gebaut worden ist, war diese Tür schon da. Und sie ist hier wieder eingebaut worden. Und so schenkt Gott Leben und neues Leben neue Anfänge und baut auf dem Alten auf und baut an dem Alten an. Und das wollen wir auch tun. Wir bauen unsere Kirche an. Wir wollen sehen, wie Gott segnet. Und wir vergessen nicht, wo wir herkommen. Wir erinnern uns daran, dass Gott schon Segen geschenkt hat über Generationen hier in dieser Gemeinde an diesem Ort. Darauf hoffen, vertrauen wir, dass er das auch in Heiger tut, in den verschiedenen Orten. Und wenn jetzt hier der Baulärm zu hören ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gott auch in unserem Leben arbeitet. Ich wünsche allen, die in ihren unterschiedlichen Gemeinden jetzt aktiv sind, in unseren Dörfern aktiv sind, in den Vereinen und Gruppen, dass sie neue Anfänge erleben. Jetzt bei Corona-Phasen, wo manches wieder erlaubt wird, ist das eigentlich eine tolle Chance, oder? Viel Segen, viel Kraft beim neuen Wein in neuen Schläuchen. Einen gesegneten Mittwoch! Das ist ein Zeichen für die Wirklichkeit. Das ist ein Zeichen für die Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.